Ich bin mit dem Ergebnis 2023 sehr zufrieden. Es sind wieder bewegte Zeiten gewesen, in denen wir unsere Kundinnen und Kunden wie immer verlässlich zur Seite stehen dürfen haben. Ob regional oder digital schweizweit, alle Vertriebskanäle haben zu diesem guten Ergebnis beigetragen. Besonders freut mich aber unser Erfolg im Vorsorgebereich. In diesem zentralen Zukunftsthema können wir unsere Kundinnen und Kunden langfristig begleiten. Untertitelung des ZDF, 2020